fahrt schon mal vor ihr wisst doch wie es geht fahrt schon mal vor ihr wisst doch wie es war so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das drin kam es, wenn diesmal langsamer war. Das war nicht schneller, oder? Das war mit dem Eis noch schneller. Zum ersten Mal sehen wir, was du für Spuren da drin machst. Dass es ab und zu mal richtig eine ganz lang gedrückte gibt. Dann ab und zu eine Kantenspur sieht geil aus. Dann sieht man das nicht so. Da hat sich eine ganz feine Linie. Das war langsamer als gestern. Gestern war es schneller. Also wenn Leute da sind, wirkt es ja eh mal schneller, weil du ein Fixpunkt hast. Was hast du gemeint, Micha? Ja. Wollen wir das probieren? Was denn? Also die letzte Fahne ist rechts. Also du bist auf der rechts auf der Kante. Ja, dann verschneiden wir mal die Fahrmitte ab. Wir werden es überleben. Wir werden es überleben. Es würde voraussetzen können, dass wir durchfahren. Dann hätten wir Lust für dich. Und nicht durchrutschen. Da warten wir ja die drei Probleme. Okay. Stell dich mal von draußen hin. Ja klar. Dann beobren wir mal jemanden. Ja klar. Dann mach ich mal los. Tuchá mal. Sehr gut. Fanghähä, ja klar. Ja думаю. Noch, Ah, klasse! Michael, ich brauche noch! Du willst sie nicht durchfahren, oder? Ich bin an der Stelle aber auch immer wackelig, warum auch immer. Als ob einem das Bordler weggehen würde. Die gleiche blaue, ne? Ist relativ aufgeraut, also keine Ahnung woran es liegt. Jedenfalls rutscht man dann da. Ja, aber ich krieg das Ding dann ab, ich muss nicht aufpassen. Jochen! Ich bin ein Schuss aufgerufen! Ah, ich bin ein Schuss! Ich bin ein Schuss! Ah! Ich bin ein Schuss! Applaus 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 Vielen Dank.